Ein kleiner Trick, um Tierhaare zu entfernen, ob das Hunde- oder Katzenhaare sind, völlig egal. Du nimmst dir einfach einen normalen Gummihandschuh, machst den nass und dann kannst du einfach über das Polster reiben und die Haare bilden dann so ein Knüttel und das kann man dann einfach wegschmeißen. Leichter Trick, super schnell gemacht. Ob du diese Einmalhandschuhe nimmst oder diese normalen Abspülhandschuhe, ist eigentlich egal.